Hey, Leute, wir kommen zurück zur arena auf wähler heute mit facecam mein gott mein gott das ist gar kein echter schwarzer hase Ich so eine verkleidung ist eine verkleidung die öhrchen kann man gut unter dem feld verstecken Gehen wir in den one on one noch mal Ich habe letztens mehr gewollt also geht euch natürlich auch mehr Ja Timi ist ja auch schon da wenn das video kommt habt ihr den neuen helden glaube ich schon gesehen ja habt ihr habt ihr habt ihr Was spielen wie Ich bin zum haben überlegen ob ich mal ob ich mal diesmal auf risiko gehe Was haben wir letztens gespielt wahlheit haben wir letztens gespielt genau wir könnten mal zucker nehmen zum beispiel das haut ganz schön hart rein Mit dem dritten bild genau Und dreht oder dem ersten Ich habe das dritte ausgewählt wird ein sinn haben hoffe ich mal also spielen wir mit dem treten heute mit zucker gegen wen wir spielen wir sehen jetzt jetzt Uuuuh Azen k Dann haben wir auch erst vor zwei drei tagen auf einem kanal gesehen also das azen k5 gegen 5 gameplay nicht gesehen auf meinem kanal mit black solana und der community und wenn ich vorbeischauen natürlich denn es heute nicht da warum ich bin hier ein einzelkämpfer wir sehen Wir machen das heute Aber wir werden durch gewinnen das ist doch hoffentlich klar Ich habe keine ahnung ob wir das gegen arz und karls schaffen wir haben auf jeden fall heilen dabei wir haben sehr viel movement Ich sollte das eine und die gut raus springen können er darf uns nur nicht nur nicht erwischen mit seiner Versteinen genau mit seinem fährer steinern dann haben wir ein problem Da steht da und schild schon mal okay aber das glaube ich gesehen sonst werde ich umgedreht Wir haben schöne schildchen ich weiß noch echt noch nicht wie gut wird Jetzt ging ankommen werden dann können wir mal instant hier heilen Er trifft zwar ständig mit seinem bullshit Ich weiß echt noch nicht wie gut es jetzt sein wird Gegen ihn er hat hat schon geiles heilen und so weiter Geschei hat nicht gereicht hat nicht gereicht schade Hat sich nicht getraut hat sich zum glück nicht getraut Ich bin doch gesprungen mann naja er hat jetzt einen guten fähren kampf gegen uns da wünscht man sich jetzt zum beispiel bei der teller nass und so weiter Ich bin gespannt wie wir das machen werden die kugel ist halt hart nervig da kommt sie schon wie weit sie springt Er klopft mal aufs katapult eine Ich habe mal ein instant hier geht die fähigkeit benutzt Ja da macht das super er macht das super und seine fähigkeiten Könnte jetzt drauf gehen ja ich gehe mal kurz zurück Und traut sich schwer mit der ulti von zucker rein zu springen erst mal ein bisschen abwarten ein bisschen farme bleiben wir ein bisschen passiv und beten Wo ist er Da oben okay Wave clear haben wir für einen richtig nice mit unserem großen großen stäbchen zwinker Freisen okay er ist jetzt ganz zurückgezogen er geht fast schon heim Er macht es auch gut und und hauer die ganze zeit Es schwer gerade in den rand zu kommen die man die unsere wiese ich glaube er mit er in der oberen mit uns rechnen Man kann auch gerne kommentar schreiben wenn ihr keinen bock auf die facecam habt ich habe es einfach zur zeit mal bisschen ausprobiert wieder ein bisschen mehr wisst wer ist eigentlich Aber nicht alles nie bei den streams dabei okay er ist komplett abgehauen Ich hole sich gerade ein keks Da ist er wieder wollte ich sagen Da ist er ständig unter dem türmchen das ist eine frechheit wie weit diese kugel rollen Schönen passiv erst noch ich kann man schwer den rand wenn das nicht abhaut zum turm was er richtig macht Aber wenn er seinen nervigen kugeln man Und müssen nur einmal erwischen nachher dann ist er vorbei die müssen wir sind nur einmal wie erwischen dann können wir das spiel beenden So zu sagen Hat er gut gemacht hat er gut gemacht Hat er echt gut gemacht muss ich ihm lassen gg mit der ulti aber arzen k ist sowieso im 3 gegen 3 Richtig 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 stark und die lane hier ist auch nur eine lane das ist auch quasi 3 gegen 3 von lane her betrachtet Hat er mich gesehen ich glaube ja Kann raus rollen wir haben gesagt genug movement ich bin gerade froh zucker genommen zu haben Das ist am rand auch einen immer erwischt Er hat einen guten damage hat einen guten damage Wann sieht uns man hat uns gesehen jetzt nicht ja nein sieht uns nicht gesehen aber jetzt hat uns gesehen Es gab die wiese oben rein ja ich bin nicht blind man ich bin nicht blind Er möchte sie noch einmal raus trauen dass seinem blöden Türmchen wie kann man nicht gerade nicht ran an ihn es ist ein reines hin und her gehüpfe Weiß es noch dass wir da sind oder nicht Ja weiß er Ah so nervig Der überlebt das hat auch immer der hat so ein glück und anscheinend auch super Lifestil sieht so aus An den items Ja items auch ja auch sicher die Passiven fähigkeiten Ich war doch nicht mal da der weiße schon Schwieriges game auf jeden Fall Er spielt ja natürlich richtig Passiv das macht man ja auch so Problem ist er hat so einen krassen wave clear wie wir dass wir den turm nicht mal der mensch nach haben hat uns jetzt gesehen aber nicht das ist die große frage Stets extra am rand oben ich glaube immer nach unten gezielt Ich bin gerollt für was drückt auf die fähigkeit für was drückt die weg Das war knapp leute das war knapp leider ist es nicht so lange weg wie wir uns wünschen würden Nice sagt er also ist ein guter sportsmann auf jeden fall Reißen wir nur den turm ein und gehen da mal back denn wir haben nicht so viel leben und er könnte uns töten Also jedenfalls guter sportsmann er schreibt nice und nicht so hey Fick dich oder so Aber wie gesehen wie viel schaden wir schon verursachen Zucker versus arzen k so was sieht man hat auch einen 3 gegen 3 Ich lasse jetzt mal rankommen ich bete mal dass drauf reinfällt Ne macht er nicht Das ist eine riesige minion armee Katzeint der menschen den der mensch gesehen sagen wir müssen mit unserem leben sehr sehr aufpassen sie noch ein vorteil wir haben Türmchen weggeknallt er steht dahin das heißt die medien greifen schon mal den turm ein bisschen an Ich habe schon ein bisschen schaden gemacht Er kann das nicht komplett abwehren aber es war minimal Ich glaube wir müssen bis an seinem bauch raus strecken und mal ein bisschen präsenz hier zeigen Er ist zurückgedrängt ich sehe ihn leider gerade nicht er hinter der Es ist nervige kübelchen Das war echt schwierig ich komme nicht an ihn ran Ich komme nicht an den herren ran Ich bin es leider gibt es nur auf einer seite den busch nicht auf beiden seiten das ist ziemlich schade Sonst könnten wir einfach hin und her Zwischen die seiten sozusagen zum wirken mir ins er keine minions ja wir müssen noch einmal raus catchen Dann haben wir gewonnen oder er kennt uns raus ja das war jetzt das falsche gras perfekt Ich frage ich glaube da wir sind jetzt gar nicht da Ich drück doch immer man das funktioniert einfach nicht so schnell sozusagen Jetzt haben wir ein sehr guter seite wenn wir jetzt null leben haben Da sterben wir nicht Aber ich komme nicht Da habe ich leider auch noch verdrückt das war ein großes problem alle kommen schwer den ran mit seinem lebensraum fallen Und es bringt nichts immer dieser wiese zu warten wir müssen einfach wegknallen ich es hilft alles nichts wir müssen ihn auslöpfen Keiner versuchen jetzt einfach auf die base zu schlagen Ob das funktionieren wird bezweifelt ich leider Oh mein gott oh mein gott Er hat uns mal kurz in den eiern gehabt Ah Er macht halt richtig nicht sehr sehr defensiv nur ich bin mir nicht sicher was er gewinnen kann Das bin mir nicht sicher ich glaube er nicht so damit er keine minions aber manchmal zurück inzwischen Der der willst damit spannend macht der will ist für euch wie immer spannend machen Er lacht auf jeden fall erst meint erst mal hält es ist ein sportsmann auf jeden fall Ich weiß er ist jetzt hier Oder ist er nicht Es war sein letzter smile wenn jetzt beendet wird das spiel aber er hat echt gut gespielt gg falls du das irgendwie sehen soll das war keine ahnung Echt gut gespielt echt gut aber zucker das gummi bärchen war verbessern Nice Was 100 prozent schaden 100 prozent liter schaden im 1 gegen 1 Ich weiß noch nicht was los ist entweder sollte ich mehr saufen oder weniger ist das halt die frage Nice Ich kann mir leider selber keinen like Rechten gutes spiel aber echt gut gemacht sehr defensiv gespielt war richtig Hätte ich zum beispiel in anderen helden gespielt mit weniger movement welche schon lange tot gewesen also ich hatte echt glück dass mir Zucker eingefallen ist also ich ja zucker bock hatte sozusagen das war es ein spieler können das ansehen ja Oh der war schon diamant sehr gut sehr gut young crew die young crew türkei gg ein wirklich fairer sportsmann falls das video sie ist echt gut gespielt gg Wenn euch das video gefallen hat einfach mal ein like da lassen sehr gerne sehr geil Das bringt immer viel glaubt mir auch gerne ich habe gesagt wollt ihr mehr von dieser facecam oder lieber ohne Können wir einfach unten reinschreiben green screen habe ich noch keinen So professionell bin ich noch nicht aber dafür schöne poster vikings dragon ball South park Toombrailer und meine zwei hasen da hinten Nice nice Wenn du nicht verpasst mir lasst ein abo da schaut gerne beim erst ein druck video von gestern glaube ich vorbei Ich schaue doch gerne mal beim azenk video vorbei wie gesagt wir haben schon mal ein azenk gespielt vor zwei drei tagen Und auch andere helden also gerne auch es gibt übrigens noch mal es gibt eine eigene playlist für helden guide videos Da ist rats drin da ist wukong drin Murat drin und so weiter zähfis ganz viele in dieser playlist extra für euch aufgeteilt Schaut einmal vorbei schaut immer den versen rekt wie es vorbei und bis jetzt nächste leute viel spaß haut rein bis zum nächsten mal und